hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren video von mir heute geht es um das programm u torrent und man die download geschwindigkeit erhöht dazu müssen wir folgende einstellungen und zwar bei verbindung geben wir den port 45682 ein wenn das eingegeben ist gehen wir weiter auf bandbreite und wenn hier diese zahlen bei maximaler upload rate 10 maximale download rate 0 200 1890 und 14 bei upload lots pro torrent so dann geht es weiter zur warte schnell hier ändern wir diese zahlen auf 60 bei den aktiven torrents langsam bei der maximalen anzahl von aktiven downloads auf 63 bei der minimal rate 0 minimal sitz 100 minimale anzahl verfügbare sitz 0 so dann noch auf erweitert ptauto dll enable den wert von true auf false ändern true auf false dann geht es weiter nach unten rss update intervall den wert von 15 auf 20 ändern hier muss man das eingeben von 15 auf 20 anschließend trifft anwenden und dann auf ok so das wäre es jetzt eigentlich in einigen minuten sollte sich die download rate wirklich erhöhen bei manchen ist 2 megabyte pro sekunde bei manchen ist 500 kilobyte pro sekunde also das kommt auf die leitung drauf an und auch auf die dartszeit ja also das wärs vom video ich hoffe ich habe euch weiter geholfen und hoffentlich sehen wir uns auch beim nächsten mal wieder tschüss bis dann und dann und 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 Untertitelung des ZDF, 2020